Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe dieses eine besondere Plätzchen in meinem Herzen. Das ist reserviert für Apps, die Text bearbeiten und Text verarbeiten. Auch die App Drafts, die sitzt dort schon seit Jahren, obwohl ich sie hier im Blog eigentlich immer nur am Rand erwähnt habe. Sie komplett zu erklären ist auch relativ unrealistisch, dafür bedarf es einem ganzen Wochenendseminar. Aber ich kann wenigstens mal versuchen, ihre Ideen und ihre Möglichkeiten zu umreißen.